Ich weiß noch, vor einem Jahr, da haben wir euch einen Hachensatz gesungen und das war mir ganz cool. Und heute sehen wir euch ein ganz, ganz neues Lied. Das ist auf uns der Very Best Voluntary 2. Und das ist ein Liebeslied, nicht eine Schlöster für, wie immer, für die Männer. Und das heißt auf Deutsch übersetzt, ich will dich kissen. I want to kiss you! I want to kiss me again! I want to kiss you! Und das ist ein Liebeslied, nicht eine Schlöster für, wie immer, für die Männer. I want to kiss you! Und das ist ein Liebeslied. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020